Apropos Hunde, habt ihr gesehen, wie nahe mir gekommen ist? Und diese Zähne? Dre, was heißt du von unseren neuen Haustieren? Sie sehen sehr lecker aus. Äh, niedlich. Absolut richtig. Sie sind tolle Tiere für Anfänger. Sie werden nicht so schnell krank. Sie sind sehr pflegeleicht und gewöhnen sich auch richtig schnell an neue Besitzer. Okay, okay, ich komme später wieder. Das ist Fred und das ist sein Bruder George. Er hat eine braune Nase. So können wir die beiden unterscheiden. Sie lieben es, miteinander Fange zu spielen. Apropos Alter, was ist denn ein gutes Alter, um sich ein Meerschweinchen anzuschaffen? Das kommt wirklich auf das Kind an. Ist es alt genug, vorsichtig damit umzugehen, die Meerschweinchen regelmäßig zu füttern und den Stall auszumisten? Oder ist es dann eine Aufgabe, die an Mama hängen bleibt? Die eigentliche Frage ist also, möchte Mama ein Meerschweinchen? Fred, George, vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt, mir heute etwas über Meerschweinchen zu erklären. Wollt ihr mir von Meerschweinchen?